Möchtest du speichern? So, jetzt gehen wir zum Kangaroo-Chall. Carnaroo-Chall, Entschuldigung. Man sollte richtig lesen. Wieso stehen da jetzt drei Polizisten um mich? Hey, kannst du... Du kannst dich einfach hier reinplatzen. Du bekommst keine Sonderbehandlung. Leute! Der ist ja noch größer! Ich hab dich im Fernsehen. Du bist vom 17. Richtig? Du bist die Einzige, die überlebt hat. Ja, toll. Happy Birthday. Ich sag dir, meine Ferien, mein Urlaub wurde wegen dem hier ruiniert. Sie geben mir am besten extra Urlaubstage dafür. Warum... Was tust du hier? Nach Hause gehen, wenn es so weitergeht. Ja, ich kann... Wäre ich falsch gegangen? Ja, natürlich. Natürlich. Ich kann einfach an ihm vorbei. Oder auch nicht. Okay, wenn ich nicht einfach an ihm vorbeikomme, was muss ich dann machen? Ja, wir haben's verstanden. Ich könnte die Schlüssel endlich mal loswerden. Und was mache ich denn jetzt? Hier gehen wir auch wieder zurück, richtig? Weißt du? Wir gehen mal eben zurück. Mal gucken, ob das irgendwas bewirkt. Was zur Hölle ist los mit diesem Typen? Ich kann ihn nicht ausstehen. Wen? Den Doktor... Den Professor gerade? Dieser Mann. Ich hab ihn schon mal gesehen. Aber ich kann mich nicht erinnern, wo. Daniel am Apparat. Was? Okay, wir sind... Gleich da. Ah ja, sieht so aus, als hätten wir eine Pause von diesem Fall. Was? Wir sollen zurück zur Station. Ah ja. Bleib dran. Ich werde... Halt dich fest. Ich werde in die... Hi, Shockers. Ich werde aufs Gas drücken. Und nun? Wie geht's, Shockers? Alles gut? Ach komm. Was macht Daniel da? Ich wollte Hunde streicheln gehen. Lasst mich Hunde streicheln. Wenn ich nicht überall gegen renne. Alles gut? Wir sollten los. Könntest du denn mal aufhören, mir die Untertitel ständig zu klauen? Oh, ihr habt Kartoffelsuppe. Darüber haben wir auch gestern nachgedacht, ob wir Kartoffelsuppe machen. Es gab letztendlich Peilkartoffeln. Ist dem ja auch ganz nah dran. Und heute mit auf den Resten Kartoffelsalat. Ah, wir starten das Meeting. Welches Meeting? Hier? Ja, auch sehr geil. Und ich habe jetzt Pflaumenkuchen hier. Melissas Solo-Konzert war für heute. Sie ist spurlos verschwunden nach dem Vorfall letzten Nacht und das Konzert wurde gecancelt. Aber die Leute versammeln sich trotzdem vor der Bühne. Wir dürfen nicht so ein Massaker nochmal geschehen lassen. Meinst du, das macht's? Das Hotel. Ach, Hotel. Weil das Central steht. Das Konzert ist am Amphitheater des Central Park. Warum kannst du Pflaumenkuchen seit Sonntag nicht mehr sehen? Zu viel gegessen? Jetzt hätte ich fast meine Lampe und meinen Kuchen runtergeworfen. Läuft. Central Park? Was ist damit, Daniel? Ben und Lorraine. Die sind auch am Konzert. Was? Ja, schöne Scheiße. Daniel! Ich... Hätte das gerne noch gelesen. Verdammt! Baker! Mein Sohn ist in Gefahr. Daniel! Ah ja. Ja, so heißen wir. Nicht? Schön. Pass auf ihn auf. Ja, Sir. Aber erst mal morden wir. Und speichern nochmal. Ja, und ich sollte nicht immer in die gleiche Ecke laufen. Moment, ich komme sofort. Öffne die Tür, Arja. Danke. Wann lässt du mich endlich an den Waffen arbeiten? Ich habe nicht danach gefragt, ähm... hier angestellt zu sein, um nur über das Lagerhaus zu... Tag... einen Tag auszuwachen, weißt du? Solange du Waffen als Spielzeug ansiehst, lass ich sie dich nicht anfassen. Moment, lass ich dich sie nicht anfassen. Jetzt macht es Sinn. Andersrum macht es gerade keinen Sinn. Hey, weißt du, dass ich, ähm... stärkere Waffen herstellen kann als du? Schusswaffen sind nicht dafür da, um stärker zu sein, du Dummkopf. Sie sind dafür da... Sie sind... Sie sollen sicherer sein. Fein. Äh... Spielverderber? Manchmal ist es extremst schwer, hier zu übersetzen. Wirklich. Sorry, Aya, ich wollte nicht, äh... dass du das hier siehst. Äh... Aber das gleiche gilt auch für dich. Du kannst niemals vorsichtig genug mit Waffen sein. Hast du eine neue Equipment-Modifikation? Yo, please, bitte. Was? Welche Waffe... Ja, welche Waffe machen wir jetzt? Am besten die, die noch nicht gemordet ist, würde ich sagen. Ach Quatsch, sind beide noch nicht gemordet. Das würde plus vier machen. Das würde plus eins machen, aber ich sehe gerade, wie viel die hat. Sollen wir die machen? Ja, würde ich auch sagen. Machen wir. Okay, warte ein bisschen. Alles fertig. Du du. Aber... Bedenke... Ähm... Waffen. Waffen benutzen Polizisten nur zur Sicherheit. Nie... Lass die Waffe dich niemals übermannen. Du findest die Play-Z-Grafik geil. Nee, ist ja auch geil. Auch wenn das hier Emulator und Play-Z 1 ist. Ist trotzdem geil. Du willst die Play-Z 2 anschließend machen. Mach das! Und meine Übersetzung gerade war toll. Es war nämlich genau andersrum. Jetzt will ich aber doch Hunde streicheln. Wir gehen einmal kurz Hunde streicheln. Wir können sie zwar nicht wirklich streicheln, aber egal. Einmal muss das sein. Oh, sie fressen gerade. Oder er. Es ist nur einer da gerade. Hast du noch was zu sagen zu den Hunden? Und diese eine hier hört auf. Äh... Nach diesem Jahr. Ich bin mir sicher, dass er eine Pause dringend nötig hat. Ach, was du nicht sagst. Brauchen wir das nicht alle? Eine dringende Pause? Wow, Steam. Ach, Steam. Twitch, du hast dich... If... If... Wegen Twitch, du hast dich gar nicht früh genug gemeldet. Jetzt, wo wir in einer halben Stunde den Stream beenden, du doofe Sau. Entschuldigung. Huch. Ich will nur eben speichern. Dann geh sofort weiter. Yes, we would like to save. So, jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir. Eve, nimm dich in Acht. Oh, ich hab so keine Lust auf den Bosskampf. Da der aus mehreren Eier... Ah, ja. Tür. Ah, ja. Tür. Aufmachen. Danke. Da der aus mehreren Etappen bestehen soll und ich wahrscheinlich bei jeder Etappe mindestens tausendmal sterben werde. Weil ich sowas nicht kann. Aber wir stärken uns ja auch noch. Schritt für Schritt alles. Das wird schon. Trotzdem habe ich Angst davor. Dann gehen... Da der aus mehreren Etappe. Da der aus. Was zur Hölle will EVE von uns? Naja, es sieht so aus, als sollte sie Leute zusammensparen. Nah dran, nicht sparen. Ansammeln. Verdammt. Dieses Typ. Nein, dieses Vieh hat man... ...Jungen da mit reingezogen. Sie wird dafür zahlen. Wir sollten uns beeilen. Halt dich... Ähm... Warte auf mich, Ben, was? Ich komme. Was? Manche Übersetzungen machen keinen Sinn. Ja, I know. Ich versuche es. Es tut mir leid. Central Park. Ben! Daniel, halt! Ich muss meinen... ...Jungen finden. Oh. Oh! Oh! Manchmal musst du, äh... ...erst gucken, bevor du davon stößt, alt... ...alter Mann. Was? Es ist mir egal, wenn ich verbrenne. Ich gehe. Ben ist mein Sohn. Ja, schön für dich. Äh, er ist die einzige Familie, die mir bleibt. Verdammt. Ich kann nichts tun. Überlass das mir. Nein, wollen wir das wirklich? Naja, aber... ...aber... Ich werde sie sicher rausbringen. Ich verspreche es. Nebenbei braucht Ben dich. Es würde ihm nichts bringen, wenn du stirbst. Verstehe. Ich zähle auf dich, Aya. I know. Ich weiß. Ach, da hinten ist auch ein Speicher. Sehr schön. Den nutzen wir dann gleich mal. Weil ich nicht weiß, was hier auf mich wartet. Ist das kein Speicher? Ah, ja. Ah, doch. Da war was. Thanks a lot. Mal gucken, wie das jetzt wird. Was für ein Drama das jetzt wird. Da kommt schon der erste Kampf. Eine Schlange. Nette Schlange. Ah, 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 ah. Wo sind Freunde? Ich sollte auf den blauen Balken vielleicht mal achten. Ich habe das nur noch einmal. Ich könnte mal wieder was gebrauchen. Wie gesagt, ich stelle mich nicht gut an. Das weiß ich auch. Vor allem, wenn ich raus bin. Ich sollte das Spiel öfter spielen, wenn die Lust dazu da wäre. Weil, auch wenn die Geschichte vielleicht geil ist, tue ich mich trotzdem schwer. Central Park Zoo. Also der Zoo. Also der Zoo. Ich sage, nein, ich muss in den Zoo. Aya möchte nicht in den Zoo gehen. Bitte lass mich nicht in den Zoo gehen. Ach, nö. Aya möchte nicht in den Zoo gehen. Aya möchte nach Hause. Können wir nicht einfach nach Hause gehen? Aya möchte nach Hause gehen. 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 Aya möchte gehen. Aya möchte gehen. Vielen Dank.